Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack mit Michael Acker, Dr. Swagger, Cox und Schatten. Und jetzt müsst ihr erstmal ein bisschen mit Lack leben, weil der Client funktioniert nicht so gut mit Shadern und deshalb. Alter, ich seh gar nichts mit dem Baseline, ob was das? Und Michael darf jetzt auch diesen wunderschönen Client benutzen. Also von 1 bis 10, wie sehr hast du dich darüber gefreut? Sehr, alles gleich. Ein Skala von 1 bis 10, sehr. Okay, gute Angabe, Michael. Plus 1 dafür schon wieder. Übrigens, falls da euer oft gefragt wurde, das ist mein Texture Pack, was ich benutze. Ich werde es nicht verlinken, weil es gehört eh nicht mir und deshalb haltet alle die Fresse und sucht es euch selber raus, danke. Ich habe es selber noch. Ja und, warte, lebst du noch Shadder? Dein Gott, Alter, was ist? Tja, Michael. Wie ist das eigentlich so, als Hecker zu sterben? Wenn man den guten Kleid hat, dann ist es sogar ein Schwer zu sterben. Ja gut, aber wenigstens nächste Version wird besser. Wir haben dann Behock für Gomme. Was ja eigentlich übrigens nichts Besonderes ist, möchte ich nochmal anmerken, bevor mich Leute wieder flamen, dass ich damit angebe. Nur dann funktionierte die Killer mit dem Speed gut. Nur Paul dachte sich so, hm, ich habe seit drei Versionen besagt bekommen, ich sollte mal diesen Bhop einbauen. Aber es ist halt eine sehr schwere Aufgabe, einen Bhop einzubauen. Das Lustige ist, was suchen normal Legends zu Sprintjumpen. Funktioniert einfach gar nicht. Ich bin gedeitert. Ja, aber wie gesagt, so, oh ja, schade für dich. Echt, wirklich schade. Wenn du das jetzt verlierst, bist du der Größte Noob. Alter, er verliert auch. Achso. Ey, jetzt übertreibt man dich direkt. So scheiße ist der Client auch nicht. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Und da sind wir in der nächsten Runde. Ich habe jetzt mal ESP geanbeindet, damit ich nicht mehr lagge, wenn ich Chessstealer und so anhabe. Immer am lagge. Ich meine, man sieht halt trotzdem so. Du lagst, wenn du Chessstealer anhast, alles klar. Nein, nein, wenn ich ESP anhabe. Und das ist auf die gleiche Taste gebeindet. Nein, 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 nein. Ja, stimmt, das ESP hat erkennt, sagt Paul. Ich habe das selber gesagt. Ja, ja, das ESP buggt aber halt nur bei mir. Bei ihm funktioniert das, ja. Ja, weil er Coda-Dingens hat, also Coda-Pack, keine Ahnung. Und ja, ich sterbe schon wieder fast gegen einen legitimen Spieler. Ich bin auch gestorben fast gegen einen Legend-Player. Gute Kill-Augern. Ja, also wie gesagt, so. Nächste Aufnahme oder so sollte das ja schon besser aussehen, wenn wir dann einen Low-Hop haben. Wenn man sich beim Kill-Augern um die Spieler rum bewegen kann. Das gleich, schau mal die Kill-Augern aus. Nächste Update. Ja, das nächste Update, was dann in zwei Wochen draußen ist. Fuuuuhh... Ahaha... Toast. Junge, halt die Fresse, Mann! Echt? Du bist so ein Lappen. What the fuck? Kennen Sie das auch, wenn Sie diesen chronischen Husten D6 benutzen und auch dann immer gegen Legend-Spieler verlieren? Ich glaube, ich spiele jetzt einfach wieder Legend. Genau, sonst hätte ich noch besser. Alter, ich kriege Kopfschmerzen vom Lachen. Oh shit, what up? Ähm, ja. Alle auf den Hack. Ach nö, dann werde ich aber sterben. Swagger-Clocks. Wenn mir als zwei Leute auf mich gehen, ist das schon zu viel für die Kill-Laura. Gut, die Kill-Auglau-Wie. Also, übrigens wollten wir dazu mal ansagen, so, Andrew arbeitet ja an einem Client, weil er immer wieder, so, Andrew ist übrigens nie gequittet an die ganzen Leute, die noch immer an das Gericht glauben. Ähm... Mehr oder weniger nicht, ja. Ja, aber wie gesagt, der ist halt nie offiziell gequittet, also ist er nicht gequittet. Also, oh scheiße, ich muss wegrennen. Andrew macht halt so eine Kill-Aura. Ja, wie gesagt, Andrew macht eine Kill-Aura, halt für ARC, aber die Bypass halt noch nicht, weil Andrew auch ein bisschen retarded ist. Und sie gewinnt aber trotzdem gegen Chronic und er wird gekickt beim Kill-Aura-Usen, aber sie gewinnt gegen die von Chronic. Warte mal, Shadow liebst du auch nicht mehr? Okay, das könnte schwer werden gegen drei Leute. Okay, jetzt sind wir noch zwei. Ein Ecker sagt, das könnte schwer werden, alles. Okay, actually geht's auch nicht schwer. Oh mein Gott, der hat einfach keinen Bock, auf dich einzuschlagen. Schade. Der hat alle will nur zugeguckt. Nice Hacks. Eigentlich sind das ja gar nicht mal so gute Hacks, aber trotzdem danke. Randy. Drecks Randy Hacker. Alles klar, ja, man. 50k, du Fotze. Was für Randy. Fick deine Mutter. Ja, wir sind jetzt gleich auf der nächsten Runde XD. Und da sind wir in der Runde Bedwars. Erst mal Scaffold Rock beiden halt. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, worüber ich reden wollte, XD. Das ist nicht mal wie mein Ige und ihr seid Opfer, das ist halt hier. Siehst du das? Ja. Ich fliege das. Junge, was ist das? Hä? Was ist los? Ich fliege einfach, anstatt dass ich Scaffold Rock. Alles klar. Das ist natürlich schade. Ey, ganz ruhig, Jungs. Ey, ey, ruhig, Jungs. Rekt. Danke. So, erst mal schön was zum Kaufen. Wenn du nur Knockback anhast, aber du willst trotzdem. Und ich, übrigens ist meine OP gut gelaufen, so. Ich hab das ja schon im letzten Video erwähnt, so ein Scheiß. Machst du das OP auf Gomme? Alles klar. Ja, ich bin OP auf Gomme, genau. Was ich schreib jetzt in den Titel. Ich bin auf OP auf Gomme, Fragezeichen. Einfach nur, weil man im Video einmal drüber geredet hat, wie das die meisten YouTuber machen. Junge. Typisch. Nee. Okay, nein, ich werde halt safe sterben, Junge, Mann. Ja, stirb halt einfach, Mann, nicht. Wie war es damit, Mate? Ja, aber ich fahr halt immer runter beim Scaffold Walken, weil der kleine Scheiße. Ey. Michael, wir müssen das Gewinn go. Fällt runter beim Scaffold Walken. Blame den Clown. XD, Mann. Michael, tötet ihn. Los, baut das ab. Ich hab nicht mal das Scheißschwerste. Scheiß, egal. Michael. Fix sie einfach. Michael, mach einfach. Halt's Maul und mach einfach. Michael, halt's Maul und mach einfach. So, alles gut. Sagst du jetzt ein Schwert kaufen? Alles klar, Junge. Oh, Kill Aura machen. Ja, die Kill Aura funktioniert einmal. Die Kill Aura funktioniert die ganze Zeit. Was ist dein Problem? Mein Schwert ist kaputt. Ja, Junge. Komm mit, meine Schwertfreunde. Ähm. Was noch? What the fuck? Wie das mit den Shadern aussieht und den Begrenzungen von der Map, Alter. Richtig schön verbuggt. Dann, Dirk, helf mal hier. Ja, wir gehen doch schon zu Team Blau jetzt, oder? Team Grün, das sind die Einzelnen am Leben. Achso. Stimmt ja auch so. Äh. Alter, ich war da für eine Sekunde gerade mit meinem Speed von der Map runter. Alles klar, Junge. Oh mein Gott, das ist nicht passiert. Oh mein Gott, nee. Okay, ich hol kurz schnell eine Spitzhacke. Ach, ich töte die. Plätschel einfach, weil die Kill Aura scheiße ist. Alles klar, Junge. So. Ja, ja, wir brauchten hier kurz eine Spitzhacke. Das ist nicht. Ich hab hier nicht hitten können, Mann. Okay. Oh, wie geht der? Ah ja, was mir gerade noch einfällt. Wir brauchen noch einen Badfucker für... Ach ja, Paul. Weil du eh mal die Videos zuguckst. Hier, guck mal. Ich hab hier übrigens Mobs ausgeschaltet bei der Kill Aura. Irgendwie greift das aber diesen Willager trotzdem an. Ich weiß ja jetzt nicht, was du so als Mops siehst, aber... Aber eigentlich ist das schon... Junge, der Junge wird so quitten, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Der wird so... Wir sehen einfach von Anfang des Videos bis zum Ende des Videos. Ja. Aber es ist halt so keckig. Ich mag den Junge ja trotzdem. Aber wirklich, das tiltt mich dieser Client. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Woo. Und dann sind wir in der nächsten Runde. Hey, Leute, die haben die Map ge... Lol, die sieht ja sick aus. Die haben sich doch geachtet. Die sah vorher anders aus, oder? Oder vielleicht jetzt so. Gab's die überhaupt schon mal? Ach so, ja, stimmt. Die gab's schon mal ganz viel. Ey, mein Headset-Batterie ist egal. Ich sammle eh grad Eisen. Jungs, meine Headset-Batterie ist kurz leer. Unterhaltend mit den Zuschauer. Alles klar, Junge. Ich... Ey, Michael hat den besten Client, hab ich gehört. Michael aber irgendeine Scheiße, Alter. Beleidige irgendjemanden durch. Der hört uns nicht. Okay. Ey, ey, Haze-Gemps. Haze ist ein Dicker. Ja, Haze-Gemps. Ist ein Buch und so. Haze ist ein kleiner Eier. Chronic wird jetzt übrigens verkauft. Ihr könnt alle Haze anschreiben. So einen privaten Skype und er gibt's euch dann sogar kostenlos. Alles klar. Oder ihr schreibt einen Daunt auf den Discord an. Ihr habt das nicht von uns. Ja, genau. You spam it. Bitte? Richtig, da ist gut nichts. Alles in uns. Alles klar, ihr habt halt den Safe über eben eine dumme Scheiße gelabert, die ich als Lifestyle rausschneiden muss. Ich muss, ey, ich werd's mir später anhören und dann werd ich's rausschneiden. Okay, ich werd's ihr nicht rausschneiden, weil er mich kennt, der Pisser. Ja, du. Ich krieg schon wieder Haze von meinem. Was? Wenn man Scaffold Walk nicht ausmacht und keine Blöcke mehr hat, dann fliegt man einfach in der Luft. Beste Client, EO West. Lecker. Hört sich nach einem echt lecheren Client an. Das ist ein gutes Scaffold Walk. Vor allem das Fly Bypass halt einfach mal. Ja, ich weiß, das ist ja ungefähr wie der eine Fly Bypass gegen Law. Ja, aber Scaffold Walk. Ich bin dran für die... Alter, das ist übrigens mit Forza. Die gerade unser Bett fickt. Ach, ne, das ist Ola. Hab nix gesagt, mate. Ich bin deinem Teammate als Fotze beleidigt. Nice, good job, dude. Vorurgen sie sich. Ich glaube, du fühlst dich schlecht. Alles klar, dein Teammate. Der... Sein bester Freund. Wirklich. Du kannst ja nicht einfach beleidigen. Ich bin deinem Team ficken. Alles klar. Wir können eins zerstören, aber nicht ficken. Okay, dann... Mach man nicht. Zwölfjährigen Kevin's XD. XT-D-D-D-D-D-D-D. Ja. Alter. Äh, guck dir die Aufnahme nicht nochmal anzertick, ne? Naja, auf keinen Fall. Sie werden jetzt dann erst mal drei Brandköpfe rauchen, dann wirst du's eh vergessen, dir die Aufnahme auch anzugucken. Na, ist klar, wahrscheinlich. Oh Gott, ich bin tot! Können sie das auch, wenn sie einen chronischen Husten haben und... Ich krieg zu viel von nem Client. Ich hab jetzt gesehen, was du meintest, aber ich hatte halt nur für ne Sekunde keine Blöcke in der Hand und dann bin ich halt einfach weiter nach vorne geschwebt. Weil man mir... Ja, da Optimal nicht. Die fly bypass als so. Ja, ich weiß. Ich bin halt die ganze Zeit vor allen Dingen auch wieder nach oben gebackt. Nöää. Paul! Coppack! Ich liebe dich. Man hört sich das. Oh mein Gott, what the fuck! Jedes Mal, wenn ich in einem Let's Hack sterbe, kriege ich mehr Hass auf dieses Spiel. Vor allen Dingen dann auch noch so Ich seh, man, er ist als Hacker gestorben Du bist so schlecht, Alter Ey, Cedric Was hast du eigentlich die letzten Tage gemacht, als du keine Leckzeck aufgenommen hast? Ich lag ja eigentlich im Krankenhaus Ja, nee, 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 davor Wir hatten ja Zeit, eigentlich vorzuproduzieren Ach, ah Ah ja, wir haben da Legend Minecraft gespielt Und in der Zwischenzeit hat Paul auch mit Legend Minecraft gespielt Und meinte dann so, ey Jungs Ey, ey, Cedric In einer Stunde ist deine Version fertig Aber dann so sechs Stunden Später von Minecraft spielen Und war dann meine Version komischerweise noch immer nicht fertig Also Wie gesagt, Props gehen wie immer raus an Paulus, den Echten Paulus, den Echten Ist das unser? Nein, ich hätte so viel Kränze bekommen, wenn es unser Bett gewesen wäre Übrigens, wir haben schon vier Minuten Aufnahme Und wir haben bis jetzt noch nichts gemacht Props gehen mal wieder raus an Paul Aber wenigstens schreckt das meine Folge Nach der Bedrocks Folge Sind wir dann halt schon fertig mit der Folge Also Immer so viel Edge Revenue Ach so, ja, genau der Kommentar, der hat mich heute auch schon mega getriggert Oh mein Gott, du verdienst Geld damit, dass du anderen Leuten den Spielspaß versaust Und dann gucke ich mir so den Content von Revy an Der in Game Up geht Ja, macht das genau das gleiche, Alter Ja, aber die Sache ist Dagegen können sie sich nichtmals wehren Und sowas hat eine Million Abonnenten Wollte ich nur mal erwähnt haben Nur ganz Ja, der hat halt seine Let's Hacks gesehen Und dachte sich halt Oh, da kann man voll viel Geld machen Ich wurde ja im letzten Let's Hacks In diesem Was er gemacht hat Namentlich erwähnt Ne, beim ersten Ja, ja, beim ersten Hab ich ja gesagt XXHacePVP oder so Keine Ahnung XXHaceYouTubePVP Hab dann erstmal meinen größten Krebs bekommen Die Killer-Aura hat gerade übrigens aufgehört Irgendwie Leute zu schlagen Oh Junge, der lebt da unten noch Guter Kleid Also gut Ne, aber wir haben wirklich so in einer Minute Schon 15 Minuten Elkeler Hohnson Okay Aber wir können das ja jetzt auch wie andere Let's Hacker machen Ich hab übrigens einen neuen Let's Hacker gefunden Also der ist wirklich ziemlich gut Der macht 30 Minuten Folgen Mit Musik unterlegt Das ist wahrscheinlich ein gutes Entertainment Also das gucken sich bestimmt Leute ganz an Alter, wenn das irgendjemand macht Ey, ohne Spaß Ich bin mich doch nach 2 Minuten schon nach dem Mutz Die Scheiße um mit Hacks Ja, vor allen Dingen die Sache ist 30 Minuten Content Was bedeutet die Spiele denn auch mindestens 30 Minuten Mindestens 30 Minuten, ne? Das musst du dir erstmal vorstellen Die setzen sich freiwillig Ganz Vor allen Dingen Okay, wir brauchen Hilfe bei dem Bett So Was ist das für ein Bett? Ich hab nicht mal genügend Blöcke, um mich da hochzubauen Mach das Bett halt kaputt, Mann Jürgen, was willst du von mir, du Attenkind? Wolltest du von mir, dass du das Bett kaputt machst? Das ist doch alles in Ordnung, Schatten Ich find's übrigens witzig Dadurch, dass ich hier immer mit Shadow Bot aufnehme Äh, werde ich immer jetzt erkannt Weil alle das Shadow kennen Und dann man einen Hacker sieht Und man direkt weiß, was ich das bin Oh, kennen sie das? Oh, geil, Alter Dieser Oh Oh Oh, ich hab gewonnen Nice Ich hoffe, euch hat die Folge Mit dem chronischen Husten gewonnen Mit dem chronischen Husten gewonnen Oh, ich hoffe Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Wenn ja alles eine positive Bewertung war Wenn nicht, dann Jörfie Band for Hacking Das ist ein guter Schluss, du bist Ja, das ist echt ein guter Schluss Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Wenn ja alles eine Rund da Wenn nicht, dann lutscht mein Cock Wenn nicht, dann lutscht Michaels Cock Genau Und Ja Tschüss, ne?